Ja, willkommen zum Kommen und Conquer, mit einer betrunkenen Armee. Wir wollen die Superwaffen in Arsch treten und da noch drei weiteren Random Arschen, wahrscheinlich auch Lohmaster dabei in Arsch treten. Wie willst du in Arsch treten, wenn ich das Spiel gar nicht besitze? Achso. Oh, okay, du willst unbedingt auf Platz 3 gehen. Starte. Von mir aus. Starte. Gott, ihr seid doch solch. Starte. Starte. Irgendjemand von euch wird zwei Superwaffen abbekommen. Das ist jetzt. Ja. 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 Das fühlt sich so toll an. Ich glaube, Billy. Da war es richtig. Da war es so. Was, Lohmaster, was? Oh, scheiß. Was zum Teufel. Was zum Teufel. Hat sich angehört, als wäre es ein Bild, Mann? Wer? Der Herr Eber. Ein paar Eber, was ich gerade gemacht habe. The Dark Company. The Dark Company. Oh Gott, ich habe auch noch China hier, oder China, oder what ifs, mate. China? Oder China. 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 Wo schiebst du sonst wohin? Chinesen. Ich mag keine Aussprache von China. Chinesen? Ja. Tänk Yeneräle. Times? Tänk. Wir werden umgebracht. lala was ja total synchron und so natürlich geübt nach zehn kronen muss nicht immer sein doch muss es nein liebes tagebuch ich versuche auch für den kultur bei mir gerade eben sehr stark auf den sack geht nicht umzubringen so wundert mich dass es überhaupt noch lebt bei deinen öfteren ausrastern kann sie mal eine minute bei dem unterhalten genau halt die mund halt die mund ok vielleicht wenn deutsch irgendwann mal vorhanden ist hat die mutter halt die mund liebe damen haltet eure hüte fest lieber jagdpanzer stirbt bitte danke gegen was kämpfst du überhaupt ich ja gegen den tiger in den schermann schermann 105 war viel spaß cool 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 was hat nicht sonst noch ich schieße haben munitionslager wieso da fuck so wollte ich ja bestimmt nicht bauen hat meine gleiskette abgeschossen das schweine und dieser schweinepriester gleiskette ja lass mal rein schon ruhe er muss erobern ihr schweine erobern erobern ja 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 komm her ich werde kämpfen im vier drei gegen m 41 wenigstens habe ich diesen geld bonus bekommen ihr wisst hoffentlich schon dass die ganzen kreis hier zueinander gehören ja und wissen dass sie das wirst also gz startet ein angriff du stück scheiße eines juden jetzt wird er auch noch religiös wurde er das nicht schon längst dabei macht gerade freunde ja es gibt erstaunlich viele dieses kack kind von einer note ich brauche mehr panzer ich muss diesen scheiß auf mann greifen für überhaupt nicht spielen ich krieg deine ibg scheiß haufen ab ja sowas auf vorne mit mir ihr habt deine gegner abbekommen also lächel sie fahren alle zu mir ja es tut mir auch ja wirklich leid ach ja geht doch tut es mir sogar und gz machen wir was dagegen was hier vielleicht ich weiß nicht ich weiß auch nicht was du meinst das hier ist das hier verpistig du kack da sind ich auch dagegen und das hier das kultuber ab das ist alles für dich bestimmt glaub mir jetzt kommt er zu mir ich weiß ich weiß nicht was schmeißt du dir nicht an ich beiß mir gerade die hand was gegen den kopf ach so war funder ja so und gz greif an ja ob geht's los die kei war immer schon schon so schlau die einnimmst ein die anderen beschießen ist ich liebe es einfach nur oh mein gott wir werden umgebracht der hat schon eine partie ja sieben partikel kann ja tatsache kurz gedacht acht aber naja du musst du sagen oh er hat ja eine partikelkanone da hab ich dann hoch rechts gucke ich oben hin ja wir haben jetzt uns acht also hast nicht mal all zu viel Zeit übrig für deinen angriff gz hat sei doch nicht sauer wenn ich schon sauer sein müsste müsste ich auf dich sauer sein du tust du doch gerade bin ich doch gar nicht du machst doch voll krass wie tust du hier so was tue ich denn dass du sauer bist wie kann man sauer sein tun du machst es doch ja zwei panzer werden es da wohl dich reißen wird ein bisschen schwer mit dem fahrt schneller ihr idioten ok interessant was sich angreift ja ach meine fresse ich habe ja auch oh gott nicht dieser tiger nicht dieser tiger ich nenne es ein tiger also leck mich wieso nennst du es ein tiger 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 es ist ein helikopter du weißt bestimmt den tiger helikopter ach dieses ding ja das ist ganz geil ja das ist ganz geil ich verstehe unsere sinne nicht nur ein paar Partikelkanonen ja ja Pi mal Daumen ja so 2 400 RIP IN PIECE 2 plus so 8 7x7 3 RIP IN PIECE RIP IN PIECE RIP IN PIECE RIP IN PIECE 3 3 3 4 4 4 7 7 8 9 9 9 10 7 9 8 10 8 9 10 10 11 11 11 11 13 15 14 15 15 Ich werde von diesem Schlitz Auge abgeknallt, ich bin gerade völlig unfähig irgendwas zu machen Wir werden sterben, wirklich Wem seins? Es ist nicht abgekackt, ich habe Disconnect. Aber trotzdem wird GZ angezeigt Jetzt bin ich wieder Einfach wegfahren. Einfach wegfahren. Einfach wegfahren. Was? Das Viel Partikelstrahl auf ihn! Heilige! Das war echt lustig Lusche, Deck Leumau so? Nein. Einfach nein. Jetzt weiß ich was du langsam meintest. Wer überrascht. Mir ist so langweilig gerade, weißt du das? Ja, kauf dir Döner. Ja genau, kauf dir Döner. Döner helfen nicht gegen alles. Döner machen schöner. So sagen die Türken. Döner machen. So muss es auch passieren. Ich frage jemand. Warte, warte. Ich weiß echt nicht, was ich dazu sagen soll. Geht's nicht? Du? Das ist einfach zu gut. Döner macht schöner Fragezeichen. Gott. Idioten. Überall. Idioten. Naja, wir werden was wir sowieso nicht gewinnen, aber ich werde es trotzdem genießen. Dein Armst. Ja, ich kann eh rausgehen, weil meine Basis wird überrannt. Du hast noch Chinooks? Du kannst noch mit was anfangen. Pflege zu ihm. Oh mein Gott. So. Alles deine Schuld. Tut mir leid, das muss ich machen. Das war einfach notwendig. Aber die Partikelkanonen, das waren geil. Ja, das schon irgendwie. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich glaube, wir sollten mal wieder eine ganz gewisse Map zocken. Wo du vergewohltätigt wurdest. Killer. Mhm. Wäre doch ein guter Vorschlag, oder nicht? Ah ja, total. Das können wir jetzt auch vergessen.